Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum, Keiter, Jöter, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen! Die ganze Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Nichts als Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolch des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahre lang hat das Militärme der Aktion nur behindert! Es hat mich gegen nur ein festblicken Widerstand in den Weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahre alle Hörloffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich der Wald ist! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich würde mir sagen, dass ich mir jemanden verstehe, ob ich das nicht verstehe! Wer mich nicht in der Küche rauskuliert! Ja, woher ich da hinbeziehen! Ich würde mir, dass ich nicht bei dir meine Herren! Ich würde mich nicht nur für die Beziehung, wenn du siehst! Ich würde mich nicht in der Nähe, nicht in der Nähe! Aber es ist die Anhöte! Wenn du siehst, Ich würde mich nicht in der Nähe,